Ach kacke Nur die sind super nervig die Viecher Haktorbeam Ich glaub die sind Müll Ich weiß nicht, also die Freunde hat die in der Cup, die machen echt guten Devils, hab ich nicht gedacht Fangen die Nerven rein, wie soll Könnte mal ein fairer Kampf werden Ok, ich hab mich jetzt gerade schon gewundert, warum jetzt auch immer spielt, weswegen ohne das irgendwie gar nicht Ich bin verwirrt Aber in einem Team kann das jetzt gerade Ja Aber ich hab das Matchmaking nicht gestartet und dein Spiel ist losgegangen Wahrscheinlich kann dann irgendeiner aus der Gruppe nicht nur der Anführer Kann glaub ich jeder starten Interessant Na, wer ist hier unidönlich? Äh, sie machen einen Sniper, zwei Dreadnoughts, einen Destroyer und einen Heiler Oder auch nicht, jetzt haben sie wieder geswischt Ja Das ist auch blöd, dass man das gleich vom Gegner sieht, weil da könnte ich mir vorstellen, dass dann dauernd hin und her geswischt wird Ja Jemand kann das Gegenteam sehen? Gut dann Wenn du auf Top drast Du bist hier Pola aber unter euch Bist du? Ja Kannst du also ein bisschen vergleichen, was deine Teammitglieder haben Ja Also gehen wir auf der Sweeper Gut los Und ab nach oben Und ab nach oben Tromachetti will starten und dann wieder runter Hat einer gesehen durch einen Sniper? Wie ist Sniper? Ja, ne? Ja, Sniper haben sie Äh, wer auch immer nach Butterblume Pass auf, wenn du jetzt hier vorfliegst, weil jeder meiner Tromachetti geht die direkt runter What the fuck? Die ist ja direkt vor dir explodiert Putte, warum? Und du kriegst den ab Ja, ich hab mein Schild dann gehabt Was zur Hölle, ey? Und der Sniper ist tot Okay, ich muss mein Schild draus haben Alles klar Dann gehen wir mal ein bisschen schlachten, oder? Ja Okay, der kann sich schneller heilen, als ich ihn platt mache Was zur fuck? Ja, hinter uns ist einer aufgetaucht Hinter uns ein Dreadnought Stimmt, der Der ist Sweeper Der flüchtet Besser ist wie ihn Das ist ja fast ein Arsch, Typ Ich weiß nicht, auf wen die Raketen fliegen Die könnten auf die fliegen, ne? Aktiviert den Schildgeräusch ankommen Wir dürfen nicht Arzillerien nicht Da kommt noch einer Heiler Schiff ist da Die Spoiler, glaub ich, hä? Bitte Links ist ein Heiler mit einem Dreadnought, ja Ich versuche mir den Heiler zu holen Also jetzt reicht's Annehmen wir jetzt was aufgetaucht Jetzt flieg in die Richtung Hab den Heiler Good Job Hilfe Ich hab mich im Sog Ich hab dich Ich hab dich Nix bräuchte Bläh, 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 bläh Ich glaub ich weiß, ich werde noch Ich weiß, dass du da gekillst Oh, ernsthaft Gut Ich wollt schon sagen, ey Fast tot gekriegen Und er kriegt die Atomarkete ins Gesicht, ey Ich kann Und zack, zerab Eier ab Jawohl Der Dreadnoughtling ist fast tot Wo ist mein Heiler? Unter mir, schön Versteck dich Ja, du schiebst mich aber weg Habt ihr den Dreadnoughtling? Ich steh so schön und du schiebst mich weg Ich brauch den Fusschen Ich brauch den Fusschen Jetzt freu dich nicht, weil ich stell mich vor dir Ja, getcha, getcha, getcha Jetzt kill ihn aber Oh, oh, Schild aktivieren Da kommt ein Fusschen Ah, ich mach mal mein Schild ein So Explodiert ihn jetzt Jawohl, ich hab Schild gehabt, passt Oh, hinter mir, hinter mir Ich bin down Nein Nein, da kann ich nicht Nein, da kann ich nicht Ich hab grad voll umzingelt da vorne oder so Ja Ah, so an doof die hier reinzugehen War eine sehr doof die von mir Aber ich hab euch auch schon wieder nicht mehr gesehen, ne Ich komm mit irgendwie mit dem Web nicht klar Irgendwie, ja Verlet mir schnell die Übersicht Bei der verletzt echt schnell die Übersicht Ich weiß nicht, ich wusste nicht wo ihr seid Habt ihr gesehen, hätte ich gehen? Ich hab einmal nur noch da unten Ich hab einmal nur noch da unten Ich hab einmal nur noch da unten Wo ist unser Highlight hinter uns? Ich bin hinterm Chango Ich bin hinterm Chango Wunderbar Versuche mal ein bisschen Action zu machen mit einer Atomarkete gleich Ich helfe auf bei Green 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 Ich habe alle Dinger gefressen jetzt Ich will mir den Highlight erst wieder da Ich hab's gegen das wie ich versucht aber Oh 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 Ich krieg dich nicht Ich hab' nicht gekommen sein Das kann ich nie heilen Oder? Oder? Ah ich komm nicht mehr hinter das Ding glaube ich Oh ja oh ja Oh hier oben ist ja noch einer Oh Ich hab' ihn da oben nicht gesehen Das ist dieses L15er Schiff Oh Oh Er macht ja ein Damage Wir gehen jetzt mit zwei Heiler an Was die haben zwei Heiler? Ja Jetzt wünsche ich auch auf Heiler um Und zwar haben wir keine Chance Da haben sie dich jetzt aber gut gefokust Mh die haben jetzt zwei Heiler und zwei Drei Dicke Drei Dreadnoughts und zwei Heiler A Bon Bon Eldrich Zwei Heiler am Astro Wo sind jetzt unsere Teammitglieder hier? Da ist einer von uns Da ist einer von uns Haben wir noch Bist du der Einste? Oder der Kommandierten? Bist du unser Einsteiger jetzt hier? Ja Du kannst ruhig hoch jetzt Ein Heiler down Ein Heiler down Alter er aktiviert den Attractorbeam diese Sau Alter wieso dich sofort vorkossen? Wie darf man den denn platt kriegen? Gut, Atomakete kommt vorsicht Habe ich den Fokus? Hau auf hier hin? Die rücken ganz schön vor gerade In hier hinten unten unten Wir drängen uns schon wieder da zurück Wir sollten uns aufteilen Komm alles gut Ja aber wenn wir uns wieder aufteilen Wenn wir von denen Raus genommen Da haben wir null Chance Also Oh, unser Kleiner ist zerstört worden Oh, da war er noch nicht Ja, wir haben noch mal jede Dicken anpassen Ja, wir haben noch mal jede Dicken anpassen Habt ihr nen Dicken noch bekommen? Versuch mal Zwitsch mal um Von den Kleinen auf nen dickes Schiff Ja, wir haben nur ein dickes Schiff Da kann ich nix plattern Schnappen wir uns Green Wolf Ne Oh, ist nicht wahr Oh, ich spiel mal ne Runde Damage Heiler Damage Heiler Das ist auch ein schöner Begriff Ach so, Atombombe, oder? Ja, das geile ist Ich hab ja hier schon den buff Oh, und Atombombe kommt Oh, danke Okay Die hätte ich jetzt sonst voll kassiert Ich stehe ja grad etwas abseits Ich versuche mit Plasma Ram durch die durch Die stehen ja dann ziemlich nah Dann lass mich ran Du bist hinter mir? Ja Ich versuche mich grad von hinten Das ganze Smile Oh, da zieht mich wer weg Mich zieht wer weg Mich zieht wer weg Ja Der kommt da rechts hinter uns Ja, wo ist es raus? Aktivier den Schild Aktivier den Schild Aktivier den Schild Ja, hab ich Der hab doch Alter Ich krieg den nicht Ja, ich glaub alles was ich hab Versteck dich irgendwie Du hast mich gerettet, danke Ja, vor uns bitte zurück Zurücksetzen Du musst die Du musst die tanken Wir müssen hoffentlich Aufmerksamkeit werden Aufmerksam werden Ich glaub die Aufmerksamkeit Ich hab die Aufmerksamkeit Ja, springt sie hin Dann wird das schon Aufmerksamkeit Genau, du springst sie hin Dann wird er aufmerksam genug Wo bin ich denn hingesprungen? Wo bin ich denn hingesprungen? Wo bin ich denn hingesprungen? Ich spring, ich spring hin Wo bin ich denn hingesprungen? Kommt doch erstmal irgendwo hinsprungen Kommt doch erstmal irgendwo hinsprungen Das zurück Aber wir haben sie grad ziemlich aufgeteilt Ja Ja Wir müssen wieder Letzt mal zurück Schnell, 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 schnell Ja, ja, ok Geht das, geht das Ich hab dich Ja, ich hab Schild an Aber hinter uns sind halt Gegner Ja, wir müssen da jetzt durch Ok Speed Sterb Boris, ich stell mich hinter dich Oh nice Ich hab die Schild noch rausgeholt Aber mehr schaff ich auch nicht Boris Ah, Bomb Nice, Alter, nice Ich heil gegen Killt sie doch einmal Ja, was versuch ich denn hier die ganze Zeit Ah Boris Ich halte Überlebe Töte lieber Boris Ja, der kommt neben uns auch noch was eckiges Da spring ich jetzt hin Da wollte ich ja wohl springen Ehhh Ehhh Gut, der ist tot Und Death Reaper sterbt doch Ja, aber jetzt bist du richtig gesprungen Der Death Reaper geht mal auf die Eier Ja, eh, baller ja schon wie bekloppt da draus Aber weißt du was du grad gemacht hast? Du hast grad, äh, die Gno mit deinen Hela getötet Und in den weg gesprungen bist Very good Ja So, jetzt hab ich auch meine Raketen Ich krieg ihn Ich krieg ihn Ich krieg ihn Das wird ein knappes Match Das wir krieg ihn Wir ham ihn Wir ham ihn Geht doch Alles 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 Alter, ich heil dich Achten, der hat mich gezündet Einer Ich spring schnell zu ihm Ahhhhh Ja Ich hab dich Ich Er hat mich doch zerstört Ich bin doch schnell weggesprungen, Alter Ich bin doch schnell weggesprungen, Alter Ich hab mich Irgendwas hat mich angeschossen Sonst wär ich ja auch noch weggekommen Kacke Ärgerlich Knappes Match Wir quinen das Ich bin wieder da Oh shit, der schießt dann auf mich Da kommt der Nuke Ja, Nuke ist, äh, auf deren Ich hab geschossen auf die Achso, du? Ja Ja Ich bin wieder da Ich brauch Heilung Ja Ist unterwegs Jawohl, geh jetzt Spring, 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 spring Shit Du brauchst Heilung und springst rein Geht doch Das war nicht ich Ach Gott, Butterblume ist das Butterblume Ja, jetzt brauchst du Oh mein Gott, der Donbomb Ich hab's nicht mitgekriegt Ja I'm on run page Butterblume, geht das? Boo overwhelming Leute ich hab hier Arschuty Arsch oh ei Arsch Arsch NICHT sterben, keiner stirbt jetzt! Ich dachte, Sniper, 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 ich muss zurück, zurück, alle aus Range, alle hinter dem Berg oder so. Ich spring zu euch. Fucking reloading. Fuck dich an. Green Wolf, ich krieg dich. Okay, ich bin weg. Wo springt die denn alle immer hin? Ach da bist du. Hier ist eine Gruppe. Ich bin so weit von der Gruppe abgetrennt, die machen mich platt, Jungs. Oh nein. Da ist einer hinter mir gespawnt. Neeeeeeeen! Du hast eine Sache gemacht. Das war wirklich das schönste Match bis jetzt. Das war wirklich das schönste Match bis jetzt. Da ist Gott nicht mehr zurück, hinter meiner Deckung, der ist hinter mir gespawnt. Aber wisst ihr was wir für Fehler gemacht haben? Wir haben mich rechtzeitig darauf reagiert, dass sie zwei Hellern benutzen. Das sollten wir auch gleich machen sollen, die zwei Hellern. Danke, MontREGaming, ich hab die Events ausgeschalten, jetzt siehst du wieder, wie viel steht. das war jetzt wirklich sehr knapp ja das war ein richtig nettes match auf jeden fall aber das war so eine sache die ist besser gelaufen als ich es vermutet hatte konnte dann nach und nach immer mehr leute wegnehmen dachte ich krieg den letzten heiler dann doch noch das wäre nämlich der winkill gewesen aber jetzt am schluss haben wir mit ihm was weiß ich fünf kills sechs kills erst geführt und das wird aber so schnell noch einmal durchgerauscht